Viele haben es schon selber mal gemacht, vor allen Dingen diejenigen, die Kinder haben. Am 6. Dezember haben sie sich einen Bart angeklebt und haben den Nikolaus gespielt. Ich mach das jetzt auch mal hier, da müssen wir auch eine Mütze aufsetzen. Aber, wie geht das denn eigentlich richtig? Wie ist man der richtige Nikolaus? Dazu gibt es Lehrlinge und auch Lehrkräfte. Wir haben das mal ausprobiert in der Nikolausschule. Psst, psst, und schau nicht raus. Es klopft, es klopft, drum lasst ihn rein. Dann schauen wir da reinzukommen, Herbert Beck, wann da ich drinnen? Jawohl, trast's. So, schauen wir da rein. Ja, da war es mir. Auf Wiedersehen. Ja, da war es mir. Ich will all kinds of crazy the whole Christmas day. Ich will all the joy of giving in every way. Ich will all the trim the tree and clothing. And you with ornaments, this Christmas. Ich bin dann in Zufall mit einem Arbeitskollegen zur Sprache gekommen, dass es eine Nikolausschule gibt. Und er da schon einmal war. Dann sag ich, ja, sowas würde mich auch interessieren. Dann hat er mich gleich angemeldet und jetzt bin ich eben da. Und ich hoffe, dass ich für mein Nikolausgeschäft vieles lernen kann. Nach 313 nach Christus, Nike bedeutet Sieg und Laos, das Volk oder die Volksmenge, kann somit übersetzt werden mit Volk, Volkssieger oder Sieger des Volkes. Bald ist Nikolaus Abend da, bald ist Nikolaus Abend da, Niklaus ist ein guter Mann. Ich bin die Frau Nikolaus. Eigentlich bin ich auch wegen dieser Frage heute hier, ob es auch verständnisvoll bewertet wird, dass auch eine Frau in diese Gestalt eintritt. Ich muss wieder kleiden. Das ist auch ein geile Wissen. Ich muss noch aufkleiden, wenn wir es noch aufgeben. Ich muss wieder ein bisschen umbauen. Du musst getultig sein. So. So. Das ist schon genug. Der Bischof hat Probleme. Warum musst du denn du dir nicht die Schuhe ausziehen? Der hat nämlich doch die Schuhe an, Papa. Und du schimpfst uns immer, wenn wir Schuhe anhaben. Du weißt jetzt auch nicht genau, was ich dazu sage. Ja. Christoph. Wenn der Nikolaus überall die Schuhe ausziehen müsste, da kommt er an einem Abend nicht zu vielen Familien. Und ich muss ja noch viele Kinder besuchen. Ich möchte ja vielen Kindern eine Freude bringen und an vielen Feiern teilhaben. Man muss in jedem Menschen dann das Kind sehen. Dann funktioniert das auch ganz gut. Okay. Gut. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dann auf Wiedersehen. ... ... ... ... ... Vielen Dank.